Und damit herzlich willkommen zurück bei It Takes Two in einer neuen Aufnahme und wir sind jetzt in der Schneekugel. Letzte Aufnahme, ja, da ist ja heiß hergegangen auch mit Octopus, Captain Octopus und mit dem Pfanden und hier Prinzessin Lillifee und das nicht gesehen. Ja, da haben wir auch viel aufgenommen. Ja, genau und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht, weil wir eigentlich dachten, ja, das geht ja nicht mehr so lange, ja, ja und jetzt haben wir ja erst mal eine Seite von vier Seiten und ja, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier diese gandulischen Magnete, was sollen wir die dann machen? Vor allem gandulisch. Was ist gandulisch? Erklär mal den Begriff. Kann ich nicht. Ah, okay. Achso, bei rot muss ich, weil sich das anzieht. Ja, und bei blau muss wahrscheinlich du. So. Okay. Oh Gott, das ist das so ein Umdenken auch noch. Ich kann das doch nicht. Boah. Okay. Ach, Mei, halt's Maul. Ah, ich glaube, da musst du drauf. Okay. Und da musst du jetzt drauf. Obwohl, ne. Vielleicht mit genügend Schwung. So, jetzt. Oder so. Ach du Scheiße. Ja, wir wissen's. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Oh, Entschuldigung. Fängt ja schon wieder gut an. Du musst ziehen. Achso, wahrscheinlich. Oh Gott. Ah, ja. Ja, boah. Mei, halt's Maul. Ist so. Hey. Ah, jetzt. Jetzt aber. Zack. Ja, und jetzt kannst du dran. Ja, jetzt funktioniert's auch. Ui. Sehr schön. So, blau bist du. Ja, aber du ziehst an. Achso. Stimmt. Das fängt schon gut an. Fängt schon gut an. Du musst ziehen. Genau, renn du mal weiter. Ja. Tschau. Du musst ziehen. So. Woah. 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 Tschau, es ist kalt hier. Äh, vor allen Dingen riesig, wenn man sich so umschaut. Junge, Junge. Ah, okay. Ja. Hm. Hey, dass du dich an unser erstes Weihnachten mit Rosi? Meinst du, als alle Weihnachtsbäume vergriffen waren? Ja. Als wir uns in den Wald geschlichen haben, um uns einen Tannenbaum selbst zu sehen? Ich will mir sicher mal erwischt uns. Äh, 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 äh. Wenn das das Einzige ist, was sie im Wald getrieben haben. Ja, haha. Oh, nee. Hey. Ich will nicht wissen, was da noch abgeht. Oder abging. Du bist ein kleines Kind, ne? Da musst du ja jede Chance nutzen. Wenn du dann mal alleine bist. Die Tiere des Waldes waren traumatisiert an diesem Abend. Willst du die Tiere auch schnivettieren? Seitdem ist sie nie wieder zurückgekehrt. Ah. Ja. Ja, und dann wahrscheinlich, ja. Gut, das war ja leicht zu verstehen. Ich brauche dringend wärmere Kleidung. Hoiii. 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 So. Oh. Achso. Auaau. Das hat super funktioniert. Ah, ich bin aber hier. Aber da komme ich gar nicht dran. Ähm. Ah. Ah. Okay. Komm her, komm her. Ah, okay. Und dann kannst du da rein. Und du schießt. Und du schießt. Du schießt mich. Ja. Wow. Was kann ich hier? Okay. Ah. Ah. Das war zu weit. Boah. Boah. Konzentrier dich doch. Das war zu wenig. Was machst du denn? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Mein Gott. Es ist immer ein bisschen schwierig mit der Kamera zu sehen. Deswegen. Kann man den, äh. Ja, ja, ja. Ach, Halt's Maul. Boah. Halt's Maul, ey. Boah. Ganz schlanker Mindy-Gamer. Das wäre doch jetzt ein guter Anfang. Das stimmt. Dir so richtig auf die Fresse hau. Das macht keinen Sinn. Halt's Maul. Oder ich dir. Boah. Komm her. Halt's Maul. Aber das war auch klar, dass ich der Minuspol bin. So negativ wie die immer drauf ist. Ja, das stimmt. So. Ah, okay. Einmal umdrehen bitte. Weiter. Oder geht nicht weiter? Geht nicht weiter. Oh. Okay. Oh Gott. Ja, weiter. Muss ich glaube ich wieder umdrehen. Komm ich da überhaupt dran? Nee. Hm, dann muss ich selber. Oh nein, nicht da hin. Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Oder musst du. Nee, klar. Erst musst du dann wahrscheinlich. Nach oben. Ja, weil du das Ding ja dann. Ja, obwohl. Nee, dann kommst du ja auch eigentlich gar nicht dran, oder? Warte, wo muss ich überhaupt hin? Nach da hin? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht tatsächlich. Nee, ich glaube das schaffst du gar nicht. Komm doch gar nicht hoch. Hm. Ähm. Jetzt kann ich sie noch hier machen. Oder kann ich das von der Seite? Ah, komm ich kann das so rum, oder? Oder warte mal, wenn ich noch mit... Nee, ich komm da ja nicht dran, oder? Warte mal. Obwohl, ja warte mal. Schieb das nochmal weiter runter. Und vielleicht ist das hier wieder so ein pixelgenaues... Äh. Hm. Nee, der kommt gerade nicht dran. Dann muss ich von hier. Nee. Wow, nein. Kannst du... Nee, da kommst du... Durch die Türen kannst du nichts machen, ne? Wird dir nichts angezeigt. Welche Türen? Durch die Decken. Nee, da kommst du nicht dran, weil hier ist nochmal was für blau. Wie bist du denn da jetzt hochgekommen? Kannst du weiter springen, oder was? Nee, ich hab doch das Ding hier. Das ist ja auf rot. Gut. Ich komm da ja drauf, das ist ja... Achso, warte. Schieß mich nochmal hoch. Also... Gibt's da irgendwas, ähm... Blau... Ach, äh, rotes? Nee. Da oben? Das ist ja das Ding, das ist ja das Ding. Und da durch die Wand? Naja, das macht der halt nur so. Kannst du das in die andere Richtung drehen? Achso, guck mal, so... Achso, ah ja, vielleicht sollte man... Ah, wow. Vielleicht auch mal richtig dann, äh, zu Ende drehen. Soll jetzt gehen? Ja, manchmal zerdenkt man die Sachen. Das stimmt, das stimmt. Ja, das funktioniert nicht, hä? 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 Hä, du musst nach rechts drehen! Ja. Ja. Dann sollte man einfach mal besser guckt. Naja. Oh Gott. Wow. Oh Gott. So. Warte mal, kann ich nicht einfach hier... Was fahrst du? Jetzt muss ich springen. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Rot. Das ist rot. Gut. Gleiche Farben stoßen sich ab. Unverschiedliche ziehen sich an. Ja, ja, wir haben es, äh, sondern ganz verstanden, glaube ich. Hä? Hallo? Komm ran! Hey! Warum kommt das denn nicht? Stoß... Warum zieht er sich denn nicht da ran? Oh, da stehe ich falsch. Aber, ne, von da komme ich ja gar nicht. Cody! Sieh doch! Eine Hütte! Oh, super! Aber du kannst das ja nur von da ziehen, ne? Ja. Oder muss ich da hin, wo du bist? Ich glaube, da komme ich dann ja nicht mehr dran. Ne. Das ist zu weit weg. Oh, ne, warte, ich stoße doch... Ach so, ne, du! Oder? Ne, gar nicht. Ich versuche mal den blauen, aber ich weiß nicht. Ah, ne, geht ja gar nicht. Oder warte mal. Ich stoße den ja ab, theoretisch. Ach so, da muss ich den roten von hier hin. Ach so, ich muss den roten vielleicht von hier? Ne. Oder von hier? Ach, ne, du musst erst und ich halte jetzt fest. Ah! Ah, das macht Sinn. Okay. Okay. So. Ja, und jetzt kann ich nämlich ranziehen. Wow. Ach, jetzt hält das. Ist klar. Ja. 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 Nur da wurde die Tochter gezeugt. Das ist die Hütte, in der wir waren. Ja, ich glaube... Oh, ja, Baby. Ha, ha, ha. Oh, wow. Guck dir das an. Ha, ha, ha. Unsere alten Schlittschuhe. Hier. Sieh sie an. Ich glaube, wir sind seitdem nie mehr Schlittschuhlaufen. Wie kann das denn alles eins zu eins in dieser Schneekugel sein? Mhm. Die haben die in der Fall gekauft. Ja, aber meinst du, die machen die Schneekugel so, wo sie auch dann in echt waren, dass da alles so da liegt? Nein, das ist einfach das Buch gezaugert. Nur wir sind Gruppen. Ja, wir sind in einem magischen Universum. Ach, das gefällt mir. War es damals auch schon so gemütlich? Ach, jetzt werden sie ganz sentimenti. Wow. Ja, das ist genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Wollen wir, wollen wir vielleicht ein bisschen hierbleiben? Wir sollten lieber weiter. Ja. Ja, ja, du hast recht. Ich weiß, na komm. Was? Wo gehst du hin? Wer zuerst im Tal ist? Die Bette gilt. Ach du Scheiße. Wie? Wie? Robot fahren, oder was? Springen. In einem früheren Leben war ich Eishockey-Boost. Ah! Ich bin schneller. Ich merke schon. Adios, amigo. Zack, 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 zack. Du kannst gar nichts. Absolut. Juhu! Fuck, fuck, fuck! Nein! Ich war die ganze Zeit schneller. Ja, ist aber noch nichts entschieden. Erster! Dagegen gefahren! Scheiße! 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 Wwwerspiel. Takk! Hey Cody! Erinnerst du dich an diese Stadt? Ja, natürlich. Hier haben wir unser erstes Weihnachten zusammen verbracht. Hm. Was ist hier passiert? Hier war mal so viel los. Ja! Wo sind die ganzen Leute? Ja, wo sind sie nur? Diese Stadt war mal wie eure Beziehung. Lebendig und schön. Ja! Und was ist aus ihr geworden? Sie ist traurig, kalt, erfreut. Also weckt sie wieder auf aus ihrem Winterschlaf. Und wie sollen wir das anstellen, du Genie? Wir sind von Eis umgeben. Nutzt eure Magneten. Magneten schmelzen kein Eis. Absolut. Aber die Stadtglocken können das Eis brechen. Also, brechen das Eis und bekommen den Preis. Wegen Geschütterung oder so? Hat es gesagt, wir müssen die Glocken, Leute? Ja, Leute, die Glocken, um das Eis zu brechen. Ernsthaft. Woher hat das mehr diese Verbrechen? Leute, die Glocken. Natürlich die Frage, wie kommt man da hoch? Kann ich mich eigentlich gerne im Kreis drehen? Ich dachte, ich kann so einen Schlittschuh-Move machen. Ah. Achso, ich muss noch mal nach oben, okay. Du musst halten und dann mit mir mitgehen, sozusagen. Ah, okay. Jetzt wieder runter? Ja. Und hoch? Ja. Ja. Warte. Oh, Scheiße. Ah, Scheiße. Warte, ich bin aber noch hier oben. Ach, verdammt. Scheiße. Jetzt soll ich hier. Ja, 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 scheiße. Ah. Leute die Glocken Tatsächlich Diese Nase Die ist nicht nur zum Riechen Jetzt durch die Tür Warte gibt es dann hier wieder Irgendwelche Sachen die man sehen kann Wo geht der hin Süße Tischchen Erstmal starten Ich glaube hier ist nichts Ich glaube auch nicht Na gut Ich warte auf dich Meine bessere Hälfte Ja ich bin da Meine bessere Hälfte Das ist echt riesig Aber wie man auch so außerhalb der Schneekugel gucken kann Ja genau Okay wir müssen hier einige Glocken läuten Wow Geil Wollen wir erst rechts oder was Ja das ist rechts Das sind zwei Das ist eine Ein verschlafenes Dorf Mir fehlt das geschäftige Treiben von damals Oder es war viel los Und lustig Hoffentlich können wir es auch Sieht aus als gäbe es drei Glockentürme Lass uns einen wählen und anfangen Wow Das hast du aber schnell herausgefunden Ich glaube wir kommen hier gar nicht Ich bin halt The Brain Ich merk schon Nadine The Brain Was steht da? Ich kann das nicht lesen Für deinen grünen Daumen Ich frage mich wie wir sonst da drauf kommen sollen Ja stimmt wie kommt man denn da hoch? Was überlaufen wir überhaupt hin? Jetzt lafen wir doch wieder zurück oder nicht? Ach nee wir müssen von da Dann ja nee wir müssen da Und dann zum Glockenturm Ja dann müssen wir noch ein bisschen laufen Aha und hier Was steht hier? Okay Oh Okay ich glaube du musst mich da hoch schießen Zum Glockenturm Kannst du das Ding drehen bis zu der Glocke? Nee ich glaube du musst da hier hoch halten Oder muss ich das machen? Nee guck mal du kannst Irgendwas macht man damit ja kaputt Die Frage ist was Dreh mich mal bis zu Dreh mal zur Glocke Ich will gucken auch mal ob wir da hoch kommen Kann ich gar nicht zur Glocke Oder was hier? Lass mal los Kann ich das noch hier? Ah Nee Guck mal da hinten Ja Muss nämlich da rüber Und dann über die Dinger musst du da hoch Oh warum muss ich denn immer hier so Jumping Jacks machen? Weiß nicht Achso warte ich gehe da jetzt rüber und dann bin ich da schon da Ah ok Boah 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 Das ist voll die Frauen dabei Boah Ah nein spring doch da hin Oh Schaff ich's? Nein Oh scheiße Nein Ich schau dir da welche hin Ich hau dir da welche hin Jetzt aber Ich muss noch höher oder? Warte mal Ich glaube Ah nee hier Muss ich bleiben Ja Nein Ich weiß halt Oh Gott Ah Entschuldigung Aber ich bin hier Ah Ist halt schwierig abzuschätzen wie weit dein Dingster halt geht Was ist dazu Ich bin da ganz nach oben Jetzt musst du nach oben Ja So sehr schön Und jetzt Jetzt da Ach du Scheiße Das ist mein Schild Oh du girl Das ist gonna beat Nein nicht zurück Ich schau dir da ein paar hin Oh Wow Alter der ist kacke Okay Ich hab hier noch einen Ich hab hier noch einen für dich So ich hab da noch einen So und da hab ich auch noch einen Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ja das sieht gut aus Nein Was macht die Scheiße Oh Was passiert hier? Hilfe Ja gut Warum ist die da nicht drauf gesprungen? Mann Me Eins von drei Okay Ja Ja Ist halt Ich habchar Judy K Also Was W W Vielen Dank.